Herr Wirt, darauf erst mal ein Grug gebrautes Bitte. Heute mit Chisel und Bits und vielen Details. Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Castle. Heute habe ich etwas wieder vorgebaut, weitergebaut. Schaut mal kurz nach hier. Das Haus hier hinten sieht besser aus als die ganze Weile. Gaststätte bald fährt. Vielleicht kriegen wir das heute hin. Und ich habe auch etwas mit Chisel und Bits mir die Grundlagen nochmal angeschaut, beziehungsweise wieder ein bisschen rumgeübt, die Tasten eingestellt und so ein paar Basics. Das heißt, ich habe auch ein paar kleine Chisel und Bits Sachen gemacht und die zeige ich euch auch jetzt gleich. Seid gespannt. Legen wir auch schon los und wie immer mein kleiner Satz vorneweg. Aktuell müsste es noch ein paar signierte Bücher geben bei Thalia von mir. Das ultimative Handbuch für alle Minecrafter, falls ihr es noch nicht kennt, obwohl ich das jetzt schon seit 15 Wochen erzähle. Naja, ihr wisst Bescheid. Vielleicht ein Rätsel. Schaut mal rein. So und jetzt geht es los mit dem Video. Okay, wir gehen mal durch und schauen uns die Chisel, Stizzle, Bits Sachen an. Da fällt mir auch viele andere Dinge ein, die ich jetzt noch mitmachen kann. Und das ist einfach schon ein Weichen her, dass ich mich nicht damit beschäftigt hatte. Ich habe eine Modversteuerung gemacht, aber inzwischen sind auch wieder 17.000 verschiedene Minecraft-Versionen durchgegangen. Und das ist schon als Ewigkeiten her. Und ich muss mich da erstmal wieder reindenken, auch mit den Hotkeys und alle möglichen. Und ich hatte ja gemeint, die Blumenkästen, eventuell wäre das ein Fall für Chisel und Bits. Denn wir können ja keine Drapdoors, zwischendurch zwei Drapdoors auf einem Block platzieren. Und das habe ich gerade mal gemacht, wenn wir hier lang gehen. Schaut euch das mal an. Ah, ist es nicht wunderbar? Ist es nicht ein Meisterwerk? Schaut es euch an. Gut, hier vorne habe ich die noch ein bisschen anders gemacht. Hier oben habe ich die etwas einfacher gemacht. Deswegen hat man da an den Seiten noch ein Render. Diese Draw-Taste, die hatte ich irgendwie vorher noch nie hier im Kopf. Also wenn ich das hier nehme und dann die Draw-Taste mache, da kann ich ja hier so eine Region einfach ziehen, wo ich füllen will. Und dann kann ich die groß machen. Und dann ist das halt einfacher, was zu setzen, wie andersrum aus. Und dann gibt es einen Undo-Button, wo man zurückgehen kann. Und das ist auch schön. Ich habe mir also den Draw-Region, die Draw-Region-Taste genommen und die einmal belegt auf eine Hotkey. Und die Undo-Taste habe ich mir auch belegt, falls ich etwas falsch mache. Und dann kann ich hier natürlich ein bisschen rummachen, dies und das. Und ja, halt hier so Geschichte. Natürlich kann ich jetzt einige Sachen, die ich gemacht habe, etwas besser machen. Ich habe auch zum Beispiel, also für die nächste Etage ebenfalls Blumenkästen gesetzt. Da sind noch keine Blumen drin, da müssen wir was reintun. Aber ich habe halt geguckt, dass wir das irgendwie hier so schön mit einfinden können. Deswegen hier auch nochmal mit Chissel und Witz so einen kleinen Unterstand, wo diese Blumenkästen draufstehen. Ja, die stehen schon so ein bisschen auf der Kippe, aber ich dachte, dass sie irgendwie festgemacht sind oder so. Aber dass das irgendwie halt so ein bisschen besser aussieht, nicht, dass sie so in der Luft da schweben, wäre irgendwie blöd. Deswegen an die Erde von unten andererseits A, eine Holzplatte dran und nochmal B, so eine kleine Stütze und sowas. Von innen in der Bar, Quatsch, in der Bar, in der Kneipe habe ich auch nochmal hier die Theke so ein bisschen weggemacht. Da war ich ein bisschen überlegen. Die Regale, meine Freunde. Die Regale sind endlich mal etwas besser gestaltet. Der Gedanke war, dass ich in die Regale auch was reinlegen kann. Muss ich gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier wirklich so ein... Ich dachte vielleicht, dass ich auch noch hier Fässer hier so seitlich reinsetzen kann. Ja, wenn ich so ein Fass reinsetzen kann und dann das Fass mit Chisseln und Witz noch so einen kleinen Hahn machen kann, dann ist das ja so, wie als wenn da direkt rausgezapft werden würde. Und das wäre mega geil. Und da bin ich gerade mal am gucken. Ich habe hier einfach so die Reihe gemacht. Ja, gut. Das Problem ist halt, diese Fässer sind einen Block hoch. Und wenn ich mit Chisseln und Witz was baue, dann ist das... Hier ist ja ein Block hoch. Dann belegt das immer einen Block. Entweder diesen Block, wo ich nichts anderes setzen kann, außer Chisseln und Witz, oder diesen, wo ich nichts anderes setzen kann. Ich habe jetzt einfach mal auf Handhöhe Platz gemacht, damit ich Fässer auf Handhöhe setzen kann. Und theoretisch könnten wir dann hier oben auch wieder regaltechnisch was machen. Ich habe die jetzt zum Beispiel zwei Blöcke dick gemacht. Das waren Ironwood Planks. Nee, die suche ich gerade nicht. Wenn ich noch ein weiteres Regal reinziehen will, dann brauche ich Olive Wood Planks. Die da brauche ich. Und dann könnte ich beinahe deswegen hier wieder hingehen. Ja, wir machen es etwas erhöht. Und zwar ab hier. So, jetzt können wir die Region wieder ziehen und malen. Ziehe ich die mal nach hier vorne. Check. Und wir haben das nächste Regal drin. Das ist doch Magie, oder? Yes, it's magic. Ich habe auch, denke ich mal, einen richtigen Abstand jetzt gewählt zwischen den beiden hier. Hier unten ist der Abstand ein bisschen größer, weil hier ein ganzer Block dazwischen ist. Und hier könnten wir theoretischen Professor reinsetzen. Das mache ich mal. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, ob auch so ein Haaren zu modellieren oder... Was heißt ein Waren? Du musst ja keinen Wasserharen da dran machen, aber eventuell vielleicht ein Clean Zone. Da hole ich die Bits her. Und ich brauche ein paar hier, ein paar Brewing Barrels. Da sind wir Schaufel gewechselt. So, da würde ich sagen, drei Stück bräuchten wir in etwa. Ja. Ich müsste auch mal ein paar alte Sachen... Boah, hier kommen. Ein paar von den Bits, die ich gerade nicht brauche, die könnten auch mal hier rausgehen. So, die Bits brauche ich gerade hier. So, dann gehen wir einmal rüber. So weit, so gut. Dann können wir die Fässer reinsetzen, so in der Art. Ja. Und jetzt brauchen wir halt dann noch... Ich habe hier einen Clean Zone mitgenommen. Von diesem Clean Zone müsste ich mal... Moment. So eine Plane mir einsacken. Ich mache da so mal einen Plane, also immer so einen ganzen Block einsacken, damit ich hier alle Pixel in meinem Bag drin habe. Okay, so weit, so gut. Und jetzt kann ich halt hier irgendwie einen Hahn basteln. Das ist halt ein bisschen... Ein bisschen schwierig. Jetzt die Frage halt, wie man machen wird das. Wo ist eigentlich genau die Mitte von dem Ding? Hier, ne? Kann ich mal hier so gucken. Ist das die Mitte? Ja. Im Prinzip reicht ja sowas auch schon hier. Oder? Können wir sowas machen? Also das ist dann, wenn wir irgendwie hier so ein bisschen nach vorne ausstehen lassen. Noch eine Idee. Sowas hier. Sowas hier. Und dann sowas hier. Vielleicht, weißt du, so ein Hähnchen. Hätte ich gedacht. Oder was ist denn, wenn wir... Stopp. Wieder mit Shift hier durch. Die Dinger wegmachen. So. Aha. Aha. Sieht aus wie ein Gesicht. Weißt du, ein runde Gesicht mit zwei Ohren. Aber... Das ist doch nicht schlecht. Theoretisch müsste ich ja... Oh, ne. What did I do? Wie kann ich denn, wenn ich Bits in der Hand habe, ebenfalls dann Sachen abbauen? Ich hätte gedacht, mit Bits... Ich kann nur mit dem Chisseln der Hand Blöcke wegrasieren. Ich würde hier mal kurz in die Etage nach unten gehen. So. Und jetzt kann ich von... Oder Iron Blacks. Da sind Steine. Jetzt kann ich von hier unten theoretisch auch nochmal. Zack. Nein. Undo. Komm schon. Einmal an die Seite. Tada. Jetzt habe ich so einen kleinen Hahn dran. Jetzt sieht es mehr nach Haaren aus und weniger nach Gesicht und sowas. Ja. Und das sollte ich schon noch ein paar Mal machen. Jetzt nur eine Frage. Ich habe ja bei anderen gesehen, die haben viele Chissel und Bits Konstruktionen und die haben die auch dupliziert. Also bei Carsten Thibode haben wir die Laternen gehabt. Gibt es irgendeine Pattern, wie ich gewisse Sachen duplizieren kann? Weil das habe ich nicht rausgefunden. Also wenn ich auch bei Add Chisel gucke... Ich weiß, die hatten doch hier so ein Ding. Aber bei Add Chissel und Bits, hier hinten sind die Items. Ich habe jetzt gerade kein Pattern gefunden. Negative. Da kannst du die Designs ändern. Oder... Right Click to Right. Oder sind das die Teile hier schon? Habe auch nicht rausgebracht. Oder ich weiß noch nicht, wie man die da einspeichern kann. Da muss ich mal gucken. Aber ansonsten, wenn ich es mal kurz erklären kann, dann wäre das einfacher. Ja gut. Und dann machen wir dasselbe nochmal hier so. Da, da, da und da. Weil bei den einfachen Dingen ist das hier jetzt ja kein Problem. Weißt du? So und ich hatte einfach drei nach vorne gemacht. Mensch. So. No. Drei nach vorne gemacht. Dann einen da dran, einen da dran. Und dann nochmal unten, da dran und da dran. Jupp. Und hier oben wieder nach rechts und links und die beiden Dinger wieder weg. Oh. Doch. Ja. Kann man, kann man, kann man, kann man, kann man so machen. Ist halt wieder so viel Fummelarbeit, weißt du, Pixel für Pixel zu setzen. Richtige Höhe überhaupt? Und, ja. Dann da und da und dann wieder eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Von unten dran. Ja, also wenn man es mal gemacht hat, dann geht es ja schnell. Aber man muss jetzt auf die D nochmal kommen. Das ist richtig Modellierarbeit. Ich sage es euch, das ist richtig Modellierarbeit. Ups, das war ein bisschen zu viel. Und das ist auch nicht unbedingt einfach. So. Und dann, flipp, flipp. Okay. Check. Und dann tue ich mal lieber sämtliche Bits sofort wieder raus, bevor ich irgendwas, ich habe, ich habe schon, glaube ich, aus der Glasscheibe vorne schon welche rausgenommen aus Versehen. Ich hatte mal Glas Bits im Inventar, aber ich wusste nicht, wo die hergekommen sind. Ja, sowas haben wir den Dreh. Könnte man, könnte man, könnte man, könnte man so anbieten, ne? Und dann muss ich mal gucken, wegen der Theke hier. Ja, die Dinger sind halt hier ein bisschen klobiger, ne? Also das ist halt, das ist halt Vanilla-Style. Aber, ja, als nächstes wäre halt die Frage, wie müssen wir mit Geländer machen? Machen wir ein eigenes Geländer? Oder wie machen wir das? Ich hätte gedacht, was wäre denn eigentlich, wenn wir irgendwie hier so ein, so ein Muster hätten, hier so Stäbe, die so von unten nach oben kommen die ganze Zeit. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ist denn eigentlich, wenn wir folgendes machen, wenn wir von diesen Dingern hier, ähm, was habe ich genau mich jetzt ausgewählt? Ah, ich habe den ganzen Block wegrasiert. Pass auf, was ist denn, wenn ich von diesen Dingern hier einfach mal hingehe? Und in der Mitte solche kleineren Pfosten nach oben schiebe. Ist das richtig so? Nope, ist nicht richtig. Da habe ich, äh, gravierend daneben geklickt. Jetzt sieht es schon besser aus. Ja, gut. Ähm, wenn ich es noch etwas zentrierter hinbekomme, dann wäre das vielleicht eine gute Option. Ah, ist es Magie. Oder, ich frage es halt, welche Größe die beste ist, ne? Ganzer Block oder hier so ein Ding. Ah, ich muss genau den mittleren Pixel treffen. So, drei von oben. Vier nach rechts, vier nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf nach da. Ist das die Mitte? Ich sehe es nicht genau. Fünf Stück nach rechts. Okay, das müsste richtig sein. Müsste richtig sein. Müsste richtig sein. Komm schon, komme ich da richtig ran. Okay, ich glaube, ich habe das Richtige erwischt jetzt. Und dann kann man natürlich auch noch seitlich dann hier den machen. Dann, sowas. Ah, 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 much better oder so, oder? Kann man, kann man, kann man sich so geben? Vielleicht? Ja, doch, eventuell. Ne, das müsste ich halt jetzt auf zwei Etagen machen. Entweder ich mache es nochmal genau so oder ich könnte es halt irgendwie kopieren. Aber ich bin noch zu geboostet dafür, leider. Deswegen schlecht. Bei Fässern, die nicht angeschlagen sind, also etwas ausentstehen, brauchen wir nicht die Hähne dran machen. Das heißt, das passt so. Aber so Geschichten halt. Und dann, ja. Ich kann überlegen, vielleicht kann man den hier auch wegmachen. So, und dann kann man irgendwie... Ähm... Wieder Chill und Bits. Habe ich zufällig schon die entsprechenden Holzsorten hier drin? Nein, ich habe noch keinen Spruce Wood. Okay, wir suchen mal Spruce Wood. So, meine Freunde, hier haben wir Spruce Wood. Tja, jetzt die Frage, was habe ich mir darunter vorgestellt? Ähm... Was ist denn, wenn wir das mal ganz blöd so nach hier ziehen? Mhm. Könnten wir machen, ne? Würde das so gut aussehen? Ja. Vielleicht, weil ich bin ein bisschen schmaler und nicht so dick und... Oder fandet ihr es vorher besser? Das ist natürlich die andere Frage. Ansonsten müssen wir hinten diesen theoretisch auch noch wegkloppen. Und vielleicht eben so, ähm, was dünnes setzen, wie ich es vorne hatte. Also hier den da. Ah, nee, warte. Das ist ja wieder blockzentriert, ne? Kann ich auch ohne... Nicht blockzentriert? Ja, der hier. Boah. Fünf in jede Richtung. Also ich werde es für diese Seite machen. Wenn ihr es für die andere Seite auch haben wollt, müsst ihr noch sagen, ähm, denkt ihr, das ist ganz gut? Oder denkt ihr, das ist, äh... Äh, ist nicht so schön. Fünf nach da, fünf nach da. Und noch einen nach unten. So in der Art. Vielleicht. So in der Art. Did we get it? Nope. Ah! Es ist hoffnungslos. Ich habe es hier vorhin auch gar nicht richtig hingemacht, sondern nach innen etwas dickeren Streifen gelassen. Es geht gar nicht anders. Ja, ähm, ihr seht schon, es ist sehr, äh, spaßig. Und es dauert auch extrem lang, bis man hier, äh, zufriedenstellend das hingekriegt hat, was man gerne haben möchte. Also, wenn ich alles komplett schmal gemacht habe, dann scheint es einigermaßen gut auszusehen. Die Frage ist nur, ob ich mich damit auch an der anderen Seite abquälen soll. Das ist ja furchtbar anstrengend. Genauso wie hier oben. Warum habe ich da überhaupt Trapdoors dran, wenn ich genauso gut Schizzel und Betzdinger dranböllern kann? Ja. Das ist hier ein anderer Fall. Gut, Trapdoors vielleicht, weil hier so ein Klappen, keine Ahnung. Irgendwie passt schon, aber ja, wir müssen gucken wegen hier. Also, wenn ich dran denke, mache ich eine Umfrage oben rechts. Ansonsten, ähm, schreibt mal in die Kommentare, sollten wir das mit Chizzel und Betz machen oder so lassen, wie es da drüben ist. Weißt du, es ist halt im Prinzip, man kann beides an seiner Fantasie gut erkennen. Ob du es mit Chizzel und Betz machst oder ob du es so machst, es formt sich trotzdem das Bild im Kopf. So ist ja nicht, aber man kann halt hier ein paar interessantere Dinge noch mitmachen. Und vielleicht kann ich ja auch hier mit Chizzel und Betz so, flipp, irgendwie das connecten, aber das ist nicht so diagonal schräg. Aber nee, warte, 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 wenn ich schon so hart ins Detail gehe, dann kann ich auch gleich die komplette Map aus Chizzel und Betz bauen. Stell dir mal vor, ihr geht hin, baut so eine Riesenstadt und ihr benutzt dafür, äh, hier bei, äh, stopp, stopp, bei Chizzel und Betz. Ihr benutzt dafür nur diese ganz, ganz kleinen Punkte hier. Da, die. Und so baut ihr eine ganze Map, Pixel für Pixel zusammen. Block für Block ist schon schwer genug. Äh, okay, ich weiß nicht, wie werde ich es dann ins Detail gehen. Vielleicht werde ich es ein bisschen limitieren auf ein paar Geschichtchen und so. Ähm, ja, man kann da jede Menge Zeug noch draus machen. Ähm, beispielsweise, du kannst hier Becher setzen, was weiß ich nicht alles. Machen wir mal fünf Blöcke hoch oder so. Und, äh, meinetwegen, ja, vier Blöcke breit oder sowas. Kann ich da mal hier hin. So in der Art, aber mit den Draw-Regionen kannst du dann hier bis da oben so ein Ding dran setzen. Dann machen wir dasselbe hier. Machen wir dasselbe da. Äh, weißt du, für sowas ist das halt schon etwas, äh, besser. Dann hast du hier so einen Becher gesetzt. Ne, Kneipen- und tägenmäßig volles Programm. Äh, äh, hey, das Design mit Spruce sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil, schaut mal, ihr habt halt hier oben und unten dann so einen etwas dunklen Rand. Und das sieht halt einfach so aus, als wenn da... Ja, da kann man doch was machen. Ja, jetzt kann ich hier mit dem Chisel wieder hingehen. Und, äh, hier denn... Kann schon ein Small Cube. Da. Kann den wieder wegmachen. Aha, und jetzt hab ich hier so einen Becher stehen. It's magic. Ja, sowas in den Dreh. Also, dafür geht's hier. Und das ist auch recht fix. Aber, ah, ich muss das erst leer. Dann meine ich, oh, der Boden fehlt noch. Der Boden vom Becher fehlt noch. Ja, gut, das ist halt eher schlecht. Aber, äh, jetzt ist der Becher vom... Äh, der Boden vom Becher drin. Ne? Also, so Geschichten halten. Das könnte man halt klonen. Ich würde ihn auch hier stehen lassen. Wir können den... Wir können das nicht zentriert machen. Immer auf die Mitte der Blöcke. Und deswegen, ähm, passt schon. Ne? Ja. Kann sich jemand den Becher abholen. Und wenn ich hier beim Tresen was anders machen will, kann ich das abholen. Also, ich werde mich ein bisschen beschränken mit Chisel und Bits, weil ich ansonsten Jahrzehnte an so einem Haus hängen. Und mich ins letzte Detail damit befasse und keine Ahnung, wo ist alles unter. Die Sachen klonen, wäre ganz gut. Ich pixel das einmal, klonen es rein und dann setze ich blub, 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 verteile die drauf und so. Das wäre ganz schön. Ja, aber ich hoffe mal, ihr findet auch das Becher-Design gut. Dann mache ich mich jetzt mal ran noch und ich würde noch eine Hütte fertigstellen. Nämlich auf dieser Seite ist noch nicht ganz fertig. Und auch hier habe ich auch noch einen Chisel und Bits genommen. Hier oben an einer Stelle. Warte mal kurz. Schaut mal nach hier vorne. Dort werdet ihr ebenfalls Blöcke sehen, die nicht komplett ganz sind. Also hier die Dinger. Und, äh, ja, habe ich so einen halben, einen halben habe ich gezogen mit den Teilen. Machen wir mal, ähm, ein bisschen hausfertig bauen oder so. Und ich brauche noch ein bisschen neues Glas. Wäre auch nicht verkehrt. So, legen wir mal los. Dazu gehen wir nach oben und die obere Etage sieht hier noch ziemlich leer aus. Da werde ich dann auch Wende rein machen und ähnliches. Da habe ich noch eine Etage hier oben. Hier sind auch die Fenster drin und da ist ebenfalls noch nicht so viel passiert. Eventuell sind das hohe, ja, hohe Dachfensterchen. Ähm, hier hinten können wir uns dann mal ranwagen. Habe ich das denn hier von außen? Okay, ja, ähm, auch hier kommen wieder Dessert-Bits zum Einsatz. Äh, im Drawing-Mode. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wie weit hatte ich die denn gemacht? Ich glaube, ungefähr bis zur Hälfte des Blocks. Ansonsten, man kann es ja wahrscheinlich von außen eh nicht unterscheiden. So, kann ich das bis hier hochziehen? Nein, kann ich nicht. Wahrscheinlich habe ich nicht genug, ähm, Bits parat. Oder es gibt eine Blockgrenze, bis zu der man das machen kann. Äh. Da wird ein Posten mir auch besorgt. Check. So war es in den Dreh. Aber jetzt sind wirklich alle hier rausgedonnert worden. Aber ich habe doch hier in dem Bag, äh, hier Ironwood. Ne, warte mal. Ah. Ähm, gerade war es auch noch Sprucewood. Und dann nochmal. Jetzt habe ich so viele gemacht. In meinem Lager liegen ganz gut Bits rum. Aber siehst du, da ist das, ah. Dieses Gefummel habe ich echt nicht vermisst. So, eventuell jetzt. Vielleicht kann ich das ja hier jetzt mal in einer größeren Region ziehen. No, kann ich nicht. Ähm. Nein. No. Please no. Das sind andere Bits. Ich habe die Holzdinge andersrum eingesammelt, als die, die waren liegend. Ich habe gedacht, das wäre relativ Wurst. Hat sich herausgestellt, es ist nicht Wurst. Weil wenn ich mich jetzt hier die so mache. Ist es falsch rum? Ja, ihr seht, ähm, Baum, Schiss und Bits macht Spaß. Ihr wisst, warum ich mich davor gedrückt habe. Jo, ich habe alles eingesammelt und jetzt wieder erneut gesetzt, ey. Ich struggle hier immer übelst schon wieder. Ich habe auch noch welche vorne liegen gehabt. Die sammle ich jetzt auch nochmal ein. Ähm, ich glaube, ich habe zu viele Bits teilweise immer gemacht von einer Sorte und so. Ähm, aber das Außen sollte hängen. Außerdem, es müssen auch noch hier Blumenkästen dran. Habe ich aus Brucewood, nee, hier aus Ironwood, ähm, Teilen gemacht. Gut, äh, so, dann hatte ich alles eingesammelt. Warte mal, ich hatte da noch. Okay, dann hatte ich doch alle eingesammelt. Ich dachte, hier wäre noch welche übrig gewesen. Ach, da hinten liegen sie. Haha, eine ganze Armee von Bits liegt hier hinten rum. Komisch, ich habe die nicht mehr einsammeln können. Ähm, ja. Boah, passiert, ich habe jetzt hier komplette zwei Chiseled Bit Bags voll. Kann man mal machen, ähm, werde ich für wann anders verwenden oder so. Oder vielleicht werde ich sie einfach vernichten, damit ich sie los bin. Ne, ist ganz schön, mal ein bisschen was übrig zu haben. Äh, gut. Dann als nächstes müssen wir halt auch hier wieder, ähm, jetzt ein bisschen Vanilla machen. Okay, also ich gehe mal kurz von Schüsseln und Bits ein kleines Stückchen zurück und ich mache mal hier vorne das Ding fertig. Puh, und zwar, ähm, Glas muss letzten Endes rein. Ich hatte hier auch noch mal, ähm, Erde. Brauche ich Erde? Da, ach, entschuldigung, ich hatte noch mal ein bisschen im Tava. Ähm, folgendes. Und zwar, wir brauchen hier wieder, ähm, Fanskates oben drüber. Hatte ich auch dabei. Dark Oak Fanskates für die Fensterlinen. Mache ich einfach mal. Und, ähm, Schlepps habe ich hier. Ah, guck mal, wie angenehm das Bauern hier ist. Ja, du kannst mit Schüsseln und Bits halt richtig mächtige Sachen machen, aber das ist wie, wenn du 24-7 einen Faden in ein Nadelöhr einfädelst und irgendwann kribbelst dich, weil du einfach nur, ah, jetzt geht er rein, du Teil, du. Und, ne? Es ist halt etwas struggelnd. Gut, ähm, auf dieser Seite, auf der, ähm, auf der Rückseite hatte ich teilweise noch hier was gemacht gehabt. Nämlich, ich hatte die seitlich weggemacht. Natürlich ist mein Eisenachs wieder kaputt. Ich mache mir mal Eisenexte, weil ich denke, ne, die Axt lohnt sich nicht, aber ich habe jetzt schon viel Eisenexte oder so verhauen. Eventuell lohnt es sich doch. So, schau mal. Äh, ich hatte hier den gemacht und einfach ein bisschen verschoben. So. Auf das es passen möge, aber auch hier hatte ich, ähm, die Holzdinger hingehauen. So, keine Ausnahmen für die Gegend hier. Und da auch weg. Dann aufmachen, aufmachen, aufmachen. Und dann hatte ich hier, glaube ich, drüber, drüber, drüber. Ist etwas unregelmäßiger, aber es geht nicht anders an dieser Stelle hier. Ja, im Prinzip würde ich sagen, hinter der Hütte bis hier hin. Und hier ist dann Erde oder so. Können Sie gucken, Sie dann raus. Muss halt hier ein bisschen den Berg und das alles dann anpassen. Und auch hier die Ecke, weil es ist ein bisschen niedrig gelegen von der Erde. Wie ist es schön, wenn du so ein Fenster guckst, lauter Dreck im Gesicht. Ja, hier hinten bei den Ecken kann man ein bisschen dicht machen. Oder hier war der Aufstieg aufs Dach. Aber ich habe übrigens auch im Dach hier innen drin, wie gesagt, schon Glas gemacht. Und das ist alles auch nur eins nach innen versetzt. Und so ein paar Geschichtchen einfach. Ja, dann würde ich das mal eigentlich so lassen. Bis auf Ausleuchten noch. Ja, setzen wir nochmal hin für den Anfang. Okay, ja, und dann wäre das Häuschen da. Jetzt kommt da noch Glas rein. Habe ich ja hier zum Glück dabei. Kann ich jetzt auch alles endlich mal reinsetzen. Autsch, einmal runter. Tja, die Theke hier, bin ich noch nicht ganz sicher. So viel eine Kasse brauche ich ja eigentlich nicht. Theoretisch kann ich ja normale Vanillablöcke nehmen, oder? Oder seid ihr so ein Bits-Fanat? Ihr sagt ja sie alle ja. Wir gucken mal. Ich würde da heute hier ein bisschen vorankommen, Zeug machen, Stuff machen, dies, das. Und ich habe auch noch hier ein paar Blöckchen. Da kann ich dann mal eben hier reingehen. Ich glaube auch, dass hier oben, ja, hier oben ist überall noch Luft drin. Sieht man von außen aber gar nicht. Deswegen ist es eigentlich egal, ob ich den Block drin habe oder nicht. Nee, mir ist es gar nicht egal. So, ich habe jetzt eine Axt geholt, bin überall hingegangen und habe auch hier noch den einen Block reingesetzt, damit es einheitlich ist. Okay, und dann hier die nächste Etage rein. Und ich gucke mal, wie ich dann hier die Treppen immer drin verwurzelt und wie ich die Zimmeraufteilung und sowas mache. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt schon kommen werden oder ob wir uns dazu mal einen Stream Gedanken machen. Also letzten Endes brauche ich ja auch nur eine Treppe. Das heißt, die zweite Erdtreppe kann weg. Nope, da lang. Und ja, ich nehme hier normale Holzblöcke. Theoretisch, wenn es irgendwie noch schöner machen willst, kannst du ja auch Schüssel- und Bitsboden nehmen. Wenn du alles aus Schüssel und Bits machst, ich glaube, dann leckt es irgendwann. Das geht nicht mehr. So, dann kommt hier Fackeln rein, der Dachboden. Auch hier kommen jetzt richtige Fenster rein. Machen wir da noch mal rein. Und was hier oben reinkommt, kann ich nur nicht sagen. Ich denke mal, das wird vielleicht ein leerer Raum oder sehen wir dann mal. Zumindest hat es ausgeleuchtet, da sollten keine Mobs jetzt auftauchen und rumwandern. Das heißt, da haben wir ein bisschen Ruhe und check. So, sehr schön. Hier ist noch ein Block, den ich zu viel gesetzt habe. Okay, ja, soviel zum Bauernhaus von innen. Weitestgehend erst mal, okay. Von innen ist es halt noch leer. Aber was soll's. Zum Thema Trippenstufen, Dingsen, mache ich mal hier rein. Und jetzt gucke ich noch mal nach Geländer. Und zwar, wir gehen wieder Richtung Schüssel und Bits. Also heute ein bisschen Schüssel und Bits-Folge, aber hatte ich ja auch schon. So, und zwar, ich hatte doch noch bestimmt, wahrscheinlich hier drin, Olivenholz. Da. Chiseled Bits, Olivenbutch. So. Und da kann ich doch bestimmt hier eine Art Geländer hinkriegen, oder? Gut, dann machen wir es ein bisschen dicker. Vielleicht nicht im Grid, sondern so vielleicht. Und ich kann auch mal die Blockmitte dann diesmal nehmen, weil das sind, nee, es sind drei Blöcke. Und der geht nicht. Äh, drei Blöcke geht nicht. Ja, dann etwas mehr nach außen gelegt. So, wenn ich jetzt hier hochbaue. Ja. Und dann probiere ich mal so ein Geländer hin zu zaubern. Ich weiß, das kann jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Deswegen erspare ich euch das mal. Und lege einfach mal los. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn ich hier so ein bisschen Geländermis was hingekriegt habe. Jo, ähm, hat wieder ein paar Minuten gedauert, aber wie wäre es denn mit sowas? Macht vielleicht mehr Sinn irgendwie, oder wollt ihr vielleicht noch Querstreben drin haben? Geht alles hier. Ähm, aber ich dachte vielleicht, das wäre nicht so verkehrt, wenn es da so hoch geht. Ähm, was ich noch ein bisschen rustikal halt finde, sind hier diese Stämme. Ja, also diese Olivenwood-massiven Stämme einfach. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass, ja, die da so passend sind, ne? Habe ich hier noch Olivenholz? Ja, gut, hier habe ich noch Olivenchizzle and Bits, Olivenholz, aber nicht mehr viele, nur 27 Stück. Ne, doch, hier oben ist noch Oli drin. Ähm, damit könnte ich natürlich auch was machen. Also ich könnte halt die, ähm, T-Gewesen nicht verkleinern, verschmälern, ich weiß nicht. Eventuell macht es Sinn, den unteren Block zu lassen. Aber die, ähm, Säulen hier nach oben, die kann man wesentlich verkleinern, hätte ich noch gedacht. Wäre vielleicht auch noch so ein Ding. Und da würde ich eben gerade auch noch mal dran rumwursteln. Mit der Hoffnung, es sieht besser aus. Tada! Ja, das wäre natürlich eine andere Möglichkeit, ja, die man da hätte. Und halt dann die, die leitige Theke. Braucht mal ein bisschen Thekholz. Oder auch nicht. Ähm, ja. Würde ich schon fast sagen. Im Drawing-Mode einfach. Ach, ups, nein. Oh, nicht genug Holz übrig. Nicht genug Bits. Nee, warte, ich hatte hier doch... Ups, Entschuldigung. Was? Das waren schon so viele Bits, da hatte ich keine mehr übrig? Ist das ernsthaft? Okay, ähm, naja, macht ja nix. Ich kann ja einfach weiter hier pflücken. Jetzt habe ich mal so einen ganzen, wieder einen. Und dann habe ich ja wieder ein paar parat. Ja. So, und wir haben den Block voll. Und so, und wir haben den Teil voll. Also sowas hier, damit wir ein solides Etwas haben. Aha. Ja, ist doch schön. Können wir hier noch eine Menge anderes Zeug machen. Eventuell, äh, äh. Hm. Bin mir doch nicht sicher, ob wir da irgendwas machen könnten. Eventuell, mir fällt noch was ein. Vielleicht könnten wir ja... Sowas hier irgendwie nochmal dreimachen. Ey, das ist magisch, ist das hier. Ich sieh's einfach magisch. Zack. Weißt du, so Dinger, die kannst du machen, die gehen sonst überhaupt gar nicht. So, dann von hier nochmal. Tada. So. Ja, ähm. Ich bin ja künstlerisch eigentlich sonst nicht so begabt. Aber vielleicht kann man hier mit was anfangen. Ich wollte halt verschiedene Akzente setzen. Verschiedene Details irgendwie reinbringen. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, da oben so ein Ding zu machen. Aber das sieht halt so aus, als wenn das jetzt hier einigermaßen gut hält. Bisschen solider gebaut ist und sowas weiß ich. Äh, ja. So. Dann müssten wir gucken, ob wir irgendwie halt hier dann so Sachen hinkriegen wie... Keine Ahnung. Vielleicht schöne Fackeln noch. Klausernblöck gechisselt. Oh nein, besser nicht. Aber das ist, äh, ja. Für den Anfang ist das, denke ich mal, ganz okay hier. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauche, aber... Olivenholz-Stairs von hier unten noch dran packt, damit das irgendwie so anpasst. Oder soll ich das als Stämmel lassen? Es gibt so viele Fragen, wo ich spiele nicht weiter, aber ist egal. Ich hoffe mal trotzdem, euch gefällt hier innen drin mittlerweile die, ähm... Ja, der Tresen und so. Mit den Eingängen und hier dies und das. Und ja, ich habe hier noch eine Stair stehen, aber... Belasse ich eben mal, oder... Hm. Ja, das Problem ist halt mit der Trap... Mit der... Hier mit dem Fans geht. Damit das Schönen da reinpasst. Und da hätte ich es einfach mal so gelassen. Was theoretisch das Ding hier noch braucht. Eine Küche. Ein Hinterraum. Also hier geht es dann rein in die Küche oder so. Und die ist dann irgendwie unterirdisch. Weißt du, von außen siehst du es nicht. Deswegen ist es dir letzten Endes total egal. Aber... Ja. Andererseits, was können wir von außen noch anbringen? Wir können noch ein Schild anbringen, theoretisch. Aber kein Vanillaschild. Es ist dann irgendwie was hier so wieder gepixelt mit Schisseln und Bits. Mit Menü drauf oder so. Zum gehängten Lurch oder sowas. Können wir dann als Gaststätten-Namen nehmen. Keine Ahnung. Ähm... Ja, ich gucke mal, dass ich die Bits und alles weitere noch hier mal sinnvoll in... Ein reinpacke. Ja, ich meine Spruce, was ist da drin? So. Okay, dann alle Bits eingetütet. Wunderbar. Dann stören die mich hier nicht und schüsseln auch raus, bevor ich noch irgendwas Schlimmes mit dem Ding ansterbe. Immer wenn du es in der Hand hast, du klickst irgendwo drauf. Also unten im Glas, hier in den Blöcken, ähm... Fehlen vereinzelte Bits, weil ich als die Blumen abgebaut hätte, Bits in der Hand hatte. Und irgendwo habe ich hier lauter Pixel ausgemacht. Aber die sehe ich nicht, weil das unsichtbar ist. Ja. Also durchsichtig. Nicht unsichtbar. Durchsichtig. Gut. Dann als nächstes haben wir noch ein paar andere kleinere Baustellen. Und zwar auch hier vorne werde ich wohl wieder Blumenkästen anhängen. Das heißt, ganz viel Spaß. Da oben wird es einfacher, weil da kann ich die einfach hier draufsetzen und muss nicht so viel, ne? Aber hier müssen die wieder in der Schwebe schweben. Und das heißt, ähm... Zunächst mal Erdblock. Also Fertilized Dirt eben. Sieht ein bisschen mehr so nach Blumenerde aus. Und ich darf schon wieder Chissel und Pits rauspacken. Weil wenn, dann mache ich es ja einheitlich. Oh, hier habe ich ziemlich viele von denen drin. Falscher Bag. Wenn, dann machen wir es halt einheitlich. Und ich brauche hier die Teile. So, und wie habe ich das gemacht? Ich hatte die, ähm... Zwei Pixel gemacht und nach vorne gezogen bis da. Okay, ich glaube, ich weiß wo. Ja. Zwei Pixel und bis da. Also ihr wisst jetzt auch Bescheid. Zwei Pixel und bis da. Ähm... Zunächst mal hatte ich allerdings noch was anderes gehabt. Nämlich die Teile hier. Brauchen wir auch. Und die Teile hier sind dafür da, um einmal drangetackert zu werden. So, das hatte ich auf allen Seiten gemacht. Hey, sieht der schon aus. Das ist doch angenehm, wenn es so fix geht, ne? Genau. Und jetzt von hier. Drawing Mode. Bis... Ähm... Oh Gott, die sind andersrum rotiert, ne? Machen wir mal bis hier. Ich mach einfach mal. Check. Nein! Ich hab nicht genug. Wie jetzt? Ich dachte, es wäre noch wesentlich mehr. Äh... Immer diese Bits. Fast wie auf Twitch hier. So, weg. Puh. Nächster Versuch. Hab ich hier vorne übrigens richtig? Ja. Vorne ist richtig. So, nächster Versuch. Einmal aufspannen. Aber ganz ehrlich, es geht einfacher zu bauen, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Wenn man es ein bisschen übt, dann kann man da schon sehr viel machen. So. Check. Ähm... Blumenkasten an dieser Seite des Hauses. Fertig. Auf der anderen Seite werde ich es hier nicht machen, weil da ist ja der Boden. Das ist ja das Grund-Ground-Level. Oder... Macht es überhaupt Sinn? Muss ich gerade mal gucken. Macht es überhaupt Sinn? Ja, sieht sehr leer aus. Es sieht sehr leer aus. Aber ich muss das nirgends behalten, weil hier ist ja die Erde. Der Boden. Aber ich kann trotzdem ein paar, ähm... Warte. Und so kann ich es doch trotzdem machen. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch genug, äh... Ironwood, ne? Sende ich auch hier mal weg. Sag ja, es hat... Ich hab das jetzt so gemacht, ansonsten jetzt zu lange dauert zu wechseln. Check, 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 check. Okay. Damit können wir was anfangen. Jetzt brauche ich noch Gemüse. Ich brauche da drei Blumen. Da brauche ich sechs Blumen. Manchmal neun Blumen. Und hier auch nochmal drei. Also zwölf verschiedene Blumen brauche ich, die ich da oben rein fladdere. Wir will dann, ähm... Vielleicht erst abwechselnd mal Metall erklären. Wie Tomatensieds auspacken. Alles weg, weg, weg. Weg, weg. Weiß nicht, was ich noch brauchen werde. Ähm... Blumen raussammeln. Zwölf Stück. Ach man, ich hab schon wieder nicht genug. Dann reiten wir eben raus. Und suchen nochmal ein paar andere Blumen, als hier die roten und gelben. Weil das ist ja... Da haben wir ja wohl eindeutig genug hier. Also Rosen nehme ich noch mit. Die passen da nicht rein, weil die zwei Blöcke hoch sind. Aber, ähm... Vielleicht für irgendwann nochmal... Ja, damit. Joa, äh... Spark hier rät durch die Gegend. Und sammelt Blumen. Und dann sehen wir uns auch... Gleich wieder. In... Schnittsekunden. Bei mir dauert es wahrscheinlich wieder eine Ewigkeit. So, das Pferd ist erfolgreich eingeparkt. Und das heißt, wir verpflanzen jetzt erstmal die Blumen. Wir dürfen auch großzügig sein mit den roten Rosen. Hier hinten weißt du, wo es eh keiner sieht. Ist ja auch egal. Sondern weiße Tulpe. Und ansonsten buddle ich mich mal wieder mit Erde. Einmal nach hier oben oder dran vorbei zumindest. Damit ich die vermutlich setzen kann. Okay, äh... Blöcke passen sogar noch hin. Glück habt. Genau in die Ein-Pixel-Kante da. Ja, hier, ähm... Drunter passt noch ein Erdblock. Aber jetzt von oben sieht das so schön. Äh... Hier die Fertel ist... Die gedüngte Erde sieht echt passend aus. Lass mal hier so. Dann eine Lilac. Weil die lila ist. Dann eine blaue. Obwohl... Warte mal kurz. Hier habe ich ja keine Fensterläden. Eventuell kann ich hier auch, ähm... Hohe Blumen setzen. Ja, kann ich. Selbstverständlich kann ich das. Nämlich auch mal hier so eine Peony. Allerdings etwas unregelmäßig. So, und dann hier so ein. Okay. Und dann haben wir alles voll. Und können den wieder weg machen. Weg bauen geht schnell alles hinbauen. Glück habt. Wunderbar. Und dann sieht das von vorne. Gucken wir uns gleich an. Zunächst... Hier fehlen noch drei. Die dürfen wir nicht vergessen. Und dann... Haben wir alles. Och man, ich komme hier nirgends wo hoch. Hier geht es auch. Hilfsblöcke. Und hier gucken wir auch mal, was wir reinbillern. So was hier. Äh, genau. Erdblock. Sehr schön. Sehr dekorativ. Ein Erdhaufen vor die Tür. Was schenkt man seiner Geliebten zu Weihnachten? Äh, zu Weihnachten, zum Valentinstag? Einen richtig dicken Erdblock. So. Ach, die Würmer rauskriechen am besten. Gut, machen wir... Ach, nee. Nee, nicht schon wieder. Wir brauchen endlich die 1, ähm... 13. Wir brauchen die 1, 13 als Modpack. Als... Verrückt Dings. Wo keine Erde mehr rumbacken kann. Ja. Okay. So viel dazu. Meine Freunde, wir haben ein Meisterwerk von Taverne gebaut. Es müssen noch innen halt die, ja, Zimmer belegt werden und so. Ich glaube, das werde ich mit Spruce Wood machen, dass ich das trenne. Also jetzt die Wände und das alles, damit das ein bisschen sich vom Boden abhebt. Äh, wenn ich verschiedene Holzsorten am Start habe. Gucken wir mal vom Galgenbaum mit aus. Auf das Häuschen. Ah, es ist wunderbar. Also von außen kann man schon mal sehen, dass es einigermaßen gut passt. Gibt eigentlich nichts mehr zu ändern jetzt, ne? Nö. So sind wir eigentlich fertig. Mal gucken. Habe ich auf der anderen Seite wirklich oben den Balken und die Fensterläden alles dran. Wow. Also ganz, ganz oben habe ich nichts mehr gemacht. Das ist halt ein heißes Gimmelfenster. Ja. Schön. Wir müssen an der Taverne nichts mehr machen. Die ist jetzt fertig. Außer halt ein bisschen innen drin noch. Ähm, wir haben mit Chisel und Bits ein bisschen gearbeitet und hier die, ähm, ja, den Tresen schön gemacht. Vielleicht können wir hier noch, ähm, Zeug entstellen. Also mit den Krügen und so muss ich mal gucken. Ansonsten würde ich keinen Bock gehen, einen Einzelnen zu machen. Ähm, was auch noch gehen würde, ist eventuell Kerzen. Candles. Mache ich jetzt einfach mal. Kerzen können wir noch draufstellen auf die Tische. Und ich dachte halt, ein Flower Pot, dass der wie ein Becher wirkt, aber ich kann mir die Becher ja selbst machen. Das ist vielleicht ein bisschen schöner aus dem Spruce Hood. Ähm, Blumen alles mal raus. Und ich habe da noch Candles. Candles. Für ein Candlelight Dinner. Das ist halt die Frage. Ähm, soll auf jeden Tisch eine Kerze? Oder. Nur auf die hier hinten. Es reicht ja einen pro Tisch. So, weil es sollten noch zusätzlich Becher hin. Also vielleicht kann ich auch auf einen Tisch. Oh nee, das muss ich separat machen. Ich dachte, ich könnte den einfach kopieren und auf jeden Tisch drauf packen. Das ist aber blöd. Hier sitzen ja mehrere Leute. Ich muss hin und mit Chisel und Bits. Ähm, vielleicht sogar noch zu der Kerze auf den Tisch drauf Becher machen. Also, hm, die Spruce Wood Becher, die sieht man ja auch schon ganz gut hier. Aber die Frage ist, wenn die Tische aus Spruce Wood sind, dann müsste ich ja eigentlich Becher aus einem anderen Holz machen, oder? Pass mal auf, dann mache ich Steinkrüge aus Cleanstone. Ich glaube, da hatte ich noch was übrig. Ja, hatte ich. Und ich kann das ja dann eh nicht machen. Dann setze ich mal mehrere Becher. Hier, ich kann schon mit Zoom, muss ich schon arbeiten. Ich setze mal mehrere Becher hier drauf. Pass mal auf. Ähm, die Becher sind alle... Ups. Die Becher sind alle... Fünf Blöcke hoch. Achtung, Fummelarbeit wartet eben ab. Es kann sich nur um Stunden handeln. Sie haben, ähm... Oh nee, da unten noch zwei Löcher drin. Obwohl, so ein Gefäß, wo unten hier die Dinger fehlen. Das sieht ja schon mal etwas unförmig aus. I'm sorry. Ja, ähm, lasst mich mal wieder hier ein bisschen rumfummeln. Ihr wisst aus meiner Spezialität. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig gebaut habe. Jo, so in der Art. Jetzt haben wir hier drei Tassen draufstehen auf einem einzigen Tisch. Wäre akzeptabel, oder? Ich glaube, die könnte man einfach so neben abbauen und woanders hinsetzen. Ähm, ja. Würde ich mal so nehmen. Die sind noch alle rechts hinter, weil überall die Henkel rechts sind. Hier hinten sitzt gerade mal keiner. Das muss ja nicht so sein. Ja, ich werde gucken wegen Klonen, Duplizieren und so, dass ich halt ein paar Sachen machen kann. Aber ansonsten, das wäre jetzt eine Geschichte. Der kann sich hinsetzen. Jo, hallo, Mr. Holzkopf hier am Start. In meinem schönen neuen Tresen. Oder in einer schönen neuen Kneipe. Alles super detailliert. Und, äh, ja, noch ein Steak in der Hand. Eine Schaufel in der anderen, wie es sich für Tischmanieren gehört. Oder besser noch ein Schwert. Oder eine Kerze. Jo, ich gehe mit meiner Laterne. Fackeln am Start. Fackel die ganze Bude ab. Kerze sieht aber echt auch nicht schlecht aus hier. Das sieht aus wie, wie so ein Minischwert. So ein Böbel oben dran. Naja. Gut. Damit sind wir durch mit der heutigen Chisel und Bits Folge. Ich hoffe mal, ihr konntet etwas anfangen. Habt Vorschläge, Ideen und weitere Geschichten in den Kommentaren. Ich weiß ja nicht, wie weit ich Chisel und Bits vervollständigen soll, weil ich hab ja schon gesagt, ähm, das ist eigentlich so ein Detailding, was eher zum Schluss kommen sollte, weil sonst kommt man vor Dekorieren nicht weiter mit den Gebäuden. Meine komplette Burg oben fehlt. Ich hab da nur zwei Kasernen drin, wovon eigentlich mal ganz fertig ist. Egal. Wir schauen mal, wie die nächsten Folgen weitergeht. Wir haben jedenfalls jede Menge zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich gehe noch einen trinken. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.